Rund 3000 Gäste strömen am Freitagabend, berichten zufolge auf die Tanzfläche eines Lagerhauses, in dem DJs wie Louis Bordmann und der Blast Madonna auflegen. Die Partys am Freitag und Samstag sind Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung, mit dem Großveranstaltungen in Corona-Zeiten getestet werden sollen. Alle Anwesenden müssen vor dem Einlass einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen und sollen fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Vor Ort gilt dafür keine Abstands- und Maskenpflicht. Der Partybesucher Josh meint euphorisch, wir sind einfach nur alle sehr aufgeregt, beim Reingehen haben wir beinahe geweint. Ganz ehrlich, wir haben noch nicht einmal etwas getrunken, aber jetzt sind wir bereit dafür. Der Veranstalter Sam Newsom sagt, das Pilotprojekt sei unbedingt notwendig für die strauchelnde Branche, in der viele seiner Kollegen ihre berufliche Existenz verloren haben. Ich stand vorhin auf der Bühne und hatte ein bisschen Tränen in den Augen, sagte er zu PA. Ich kann es nicht leugnen, es ist sehr emotional. Der zweitägige Rave ist Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung, der dieser dabei helfen soll, für die Zeit nach dem Lockdown Sicherheit zu gewährleisten. Am Sonntag vor einer Woche durften schon 8000 Fans die beiden englischen Fußballclubs Manchester City und Tottenham Hotspur live im Londoner Wembley-Stadion dabei zusehen, wie sie sich das Cup-Finale untereinander ausmachten. Im Juni will Premierminister Boris Johnson die Beschränkungen gänzlich aufheben. Ob dies gelingt, hängt neben dem bisher so glänzend funktionierenden Impfprogramm auch davon ab, wie sich Feiern wie jene in Liverpool auf das Infektionsgeschehen auswirken. Die Veranstalter jedenfalls wollen auf Nummer sicher gehen. Wissenschaftler werden das Verhalten der Feiernden am Veranstaltungsort auswerten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017